Ja, grüßt euch, Burm. Männer suchen bewusst Frauen unter ihrem Niveau und Status aus, um Macht auszuüben. Und um diese feministische Behauptung geht's heute, denn die schauen wir uns hier im Rahmen eines Zuschauerkommentars mal genauer an. Und zwar, hallo Klaus und liebe Red Pill Community. In der Regel bin ich eher nur der Zuschauer und rege nicht wirklich zur Diskussion an. In letzter Zeit verfolgen mich jedoch einige Gedankenansätze, zu denen ich durch ein Gespräch mit einer Feministin inspiriert wurde. Und so ähnlich ging's mir und bestimmt anderen von euch auch schon, dass man hier vor allem ja rege diskutiert und zum ersten Mal, wenn man die Red Pill hier gesehen hat und erkannt hat, auch mit den Feministen in den Diskurs steigen möchte. Vor allem der Vollkorn-Jesus macht es, aber bringt halt oftmals nix, weil hier bestimmte Ideologien nicht hinterfragt werden. Er schreibt weiter, Und das ist eine Behauptung, die einfach nur immer so unhinterfragt dasteht und anscheinend keiner weiteren Beweise hier bedarf. Das ist ja genau das Problem, vor allem bei den Feministen des postmodernen Typus. Da wird hier irgendjahr so ein selbsterhaltendes Machtstrukturpatriarchat fabuliert, aber da sehen wir gar keine Beweise. Und vor allem auch hier mit dieser Behauptung in der zwischenmenschlichen Beziehung wird es halt einfach so hingenommen. Ja, weiß doch jeder, gell? Hat man schon immer so gemacht quasi. Und es findet keine deduktive, logische Ableitung statt, wie sie auch heißt. Denn wie heißt es so schön? Außerordentliche Behauptungen erfordern außerordentliche Beweise. Aber da sehen wir selten bis kaum wirkliche Ansätze, um das dann darzustellen. Und vor allem, es widerspricht sich ja mit der Realität. Denn was ich aus dem Umfeld oder auch im Gespräch mit Männern, auch damals aus dem Coaching mit Männern rausgenommen habe, ist, dass Männer weitaus häufiger im Durchschnitt Frauen auf Augenhöhe haben wollen. Ja, das ist ja auch aber dieser Bluepill-Traum, weil Frauen natürlich wegen der Hypergamie immer nach oben daten. Und da hier das schwer bis unmöglich ist. Und da zeige ich euch auch einen sehr repräsentativen Kommentar, und zwar vom Scourge, wo er schreibt, der Top Nummer 1 Grund, warum eine Beziehung für mich persönlich sinnlos ist. Da ging es um die 10 Mythen der offenen Kommunikation in puncto Augenhöhe, dass man sein Herz ausschütten kann und dass das eben oftmals nur in einem Kontext der, ich zeige, nicht allzu viel Schwäche, vor allem resignative Schwäche, damit man weiter der Leistungslast hier als Mann gerecht wird. Weil das halt genau das ist, auf was Frauen achten. Also je attraktiver sie ist, desto schwieriger wird es, weil da hat sie aufgrund ihrer eigenen Marktwertsituation weitaus mehr Möglichkeiten, hier Männer diesen Kalibers anzuziehen. Und da muss ich als Mann hier ambitioniert bleiben und performen. Klar gibt es da auch Frauen, je nachdem, wenn man mal in einer Schwächeperiode ist, dass sie da nachsichtiger ist. Aber im Großen und Ganzen sehen Frauen irgendwo Männer als Aktien, in diese investieren und die dann auch diese Leistungslast erbringen. Und das ist auch die harscheste Red Pill Truth Bomb, die dann auch viele sehr unangenehm finden, dass Frauen einen halt niemals so lieben können, wie man das gerne hätte, nämlich bedingungslos, weil das ja irgendwo immer zumindest zu einem bestimmten Anteil an die männliche Leistungslast und Fähigkeit geknüpft ist. Und da schreibt er noch weiter, Was bringt mir eine Beziehung, wenn man immer aufpassen muss, dass man keine Schwäche zeigt und sich nie fallen lassen kann? Das ist ja genau das, was bestimmt viele von euch auch schon so irgendwie intuitiv gespürt haben. Aber dieser Krux entkommt man nicht. Wenn man in eine Beziehung geht, kurzfristig, mittelfristig, langfristig mit einer Frau, kommt man der Leistungslast leider nicht davon. Weil sobald man unter einem bestimmten Ambitionierungslevel fällt und dann halt die Aktie runter geht, ja, je nach Frau halten sie dann die Aktie, länger oder kürzer, aber wenn es auf Dauer dann ein Ist-Zustand ist und man sagt, ach du Schatz, endlich angekommen, endlich kann ich mich fallen lassen und offen mit dir sein, auf Augenhöhe kommunizieren und du liebst mich dann bestimmt bedingungslos, so funktioniert das halt leider nicht. Und das ist wichtig zu erkennen. Aber das zeigt ja auch sehr krass und deutlich, hier auch eines der top gelikedsten Kommentare, dass Männer eben nicht drauf scharf sind, immer, ja, Frauen unter ihrem Niveau zu suchen oder Status, weil sie dann Macht ausüben können oder nicht. Weil sie wollen das ja eigentlich gar nicht. Sie wollen ja den Partner, den auf Augenhöhe. Aber Problem ist, diese Rechnung geht halt selten auf, weil die Frau hier das Thema anstrebt, immer nach oben zu daten, im Vergleich dann auch mal hier den entspannten Maurer zu daten, der dann immer wieder nach Hause kommt. Das ist ja genau das. Da sagen, ach Schatz, bleib doch mal zu Hause und so weiter. Aber sobald er es dann macht, sobald er dem zu lange nachgibt und dann hier nicht mehr dieser heftige Performer zumindest zu einem bestimmten Anteil ist, sinkt die Anziehung. Und die wenigsten Frauen sehen das und können das rational reflektieren und beleuchten. Aber es ist halt leider Gottes in sehr vielen Fällen der Fall und das darf man nicht vergessen. Und genau deswegen nehmen Männer hier auch immer wieder Frauen, die dann weiter unten im Status und Niveau sind, weil sonst hier eben diese Diskrepanzen und die damit einhergehende Trennung ausgesprochen wird. Er schreibt weiter, im Prinzip spricht sie davon, dass Alphas eher an Beta-Frauen interessiert sind. Die Betas werden wir so oft einfach übersehen und das ist dann die übliche Patriarchat-Verschwörung. Das ist ja auch so spannend, weil das ist auch der sogenannte Apex-Fehlschluss. Ja, wenn die Frauen von den Männern, die Männer sind, so und so weiter sprechen, dann meinen sie sehr oft nur die oberen 20 bis 5 Prozent. Da haben sie die heftigen Stars oder eben in welcher Nische sie halt gerade ihre Präferenzen haben im Kopf. Und dann sagen sie, oh mein, die haben das Geld, die Macht und so weiter, Qualität, das Leben. Dabei kannst du diese Männer, die da oben sind, ja nicht mit dem Durchschnittsmann vergleichen. Aber trotzdem, die nehmen sie dann als repräsentativ für die Männer. Währenddessen hier unten dann die ganzen Männer sozusagen am Boden des ganzen Fasses sind. Aber die werden ja gar nicht betrachtet oder bei Bedarf natürlich einfach so, ach, das sind auch Opfer des Patriarchats oder irgendwas. Ja, die wollen nicht über ihre Emotionen sprechen. Lauter solche, ja, Taktiken, um das eben zu verwischen. Das zeigt sich dann auch sehr schön hier, da, dass man eben hier, ja, warum sind denn so viele Männer? Ah, da hat, oh mein Gott, weißer Mann, alt sogar, um Gottes Willen, im Professorstuhl, schnell Professoren im Programm für 500 Millionen Steuergelder locker machen. Und eben dauernd hier dieser Fokus auf diese Kerle, währenddessen nicht die Frage, ja, warum sind denn da weit oben so viele Männer, nicht auch genauso hier in dieser Obdachlosigkeit, Abhängigkeit oder Gefängnisgeschichten beleuchtet werden. Wie vorhin gesagt, das wird dann beiseite gewischt. Ah, nö, das sind auch die Patriarchen da oben dran schuld, weil hier aber nur aufgrund der Apex-Fallacy, dem Apex-Fehschluss, hier das Interesse liegt. Vor allem, weil auch meistens die Männer, die eben hier diese Social Proof Fortune 500 Performer sind, die interessant sind, ja. Da wird dann immer eine Unterverantwortlichkeit für den Erfolg der Männer dargestellt. Ah, die profitieren von irgendwelchen unsichtbaren Machtstrukturen. Die müssen gar nicht bewiesen werden, wissen ja alle, dass es ein Patriarchat gibt. Aber die Männer, die da hier unten, ja, 80% Obdachlose sind Männer und auch bei den Selbstumlegeraten, all diese Sachen, ah, na, die werden halt beiseite gewischt. Und das, ja, die wollen nicht über ihre Emotionen sprechen. Hier sehen wir dann die männliche Überverantwortlichkeit. Ja, die sind nur nicht offen genug. Währenddessen die da hier alle, ja, eigentlich gar nichts für ihren Erfolg können, weil sie ja irgendwelche Machtstrukturen ausnutzen. Wie die genau ausschauen, wie das funktioniert, wird nie, wie gesagt, deduktiv, logisch, rational nachgewiesen oder aufgezeigt, sondern meistens nur, ja, wissen wir ja alle, ne. Er schreibt weiter, das Interessante an ihrer Aussage ist für mich, dass die Red Pill Community dasselbe umgekehrt den Blue Pillern vermittelt. Beide Aussagen können Schlussfolgerungen einiger Studien sein. Wenn man die typische Übergabe Perspektive der Frau einnimmt, heißt Beta-Versorger ausgenommen. Aber das ist ja genau das. Die sogenannten Verbalwissenschaften und ihre Studien sind ja meistens, ja, sehr schlecht, weil da halt meistens Umfragen da sind. Und aber mit der Red Pill Studienlage siehst du ja zum Beispiel bei den Reproduktionsgeschichten, bei der Aufschlüsselung des Genoms, dass in der ganzen Menschheitsgeschichte sich nur 40% der Männer reproduziert haben, aber 80% der Frauen. Und stammesgeschichtlich weiter hinten, da sind sie ja zum Teil ein Mann auf 17 Frauen. Noch wilder, bevor man das dann sozusagen reguliert hat durch Religionen oder all diese Geschichten, eine Frau für einen Beta als Ideal, um hier erst diese Wohlstandsgesellschaft aufzubauen, weil diese Betas ja dann auch hier den Versorger mimen können und dann auch mehr arbeiten gehen, weil sie wissen, okay, ich habe ja auch Reproduktionsmöglichkeiten und so weiter, also bin ich ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Und die wollen ja dann dadurch definitiv keine Macht ausüben, wenn sie ja die Versorger sein wollen oder auch sind. Viele Männer wollen sich ja quasi schon aufopfern, sich für Frauen sozusagen als Helfer darstellen und dadurch ihre Gunst zu gewinnen. Aber das klappt ja meistens nicht, sondern erst dann, wenn sie hier diesen, ja, dominanten Arsch mimen. Das ist ja genau dieser Aspekt, auf den ich da auch öfters immer wieder hinweise. Fifty Shades of Grey, der Christian, ist ja hochgradig narzisstisch, sadistisch, all diese negativen Verhaltensweisen, die aber dann auch 125 Millionen Frauen kaufen in 52 Sprachen. Das ist der Stand von 2015, nur das erste Buch. Also das Verhalten zu analysieren im Vergleich zu den verbalwissenschaftlichen, ja, Pseudo-Aussagen des Postmodernismus vor allem, warum haben sie wohl eine Replikationskrise, können nur 36% aller Studien in diesen Sozial- und Geisteswissenschaften vor allem nachreplizieren. Kommt halt meistens auch daher, weil da weitaus mehr Ideologie drin ist, vor allem diese postmoderne feministische Ideologie. Er schreibt weiter, Mir ist bewusst, dass die Red Pill Community näher an der Realität ist. Trotzdem vermitteln wir viele Dinge aus der Opferhaltung und Betasichtweise. Mir ist das noch nie aufgefallen, weil die Red Pill meines Erachtens weitaus mehr in Richtung, ja, ermächtige dich wieder selber und hör auf, Frauen hinterher zu laufen, hör auf, dich von ihnen abhängig zu machen, fokussiere dich auf deinen Lebenssinn und lass die Frauen, wenn überhaupt, hier als Beilage dazukommen. Und vor allem in der MGTOW-Community, die das ja dann noch heftiger, die wollen ja dann nur noch hier schauen, okay, wie kann ich mich selber zur vollen Größe aufrichten, Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mehr Kohle ranschaffen für mich selber, vor allem, dass mir dann keine Frau durch die Scheidung 50% abnimmt, das sind für mich weitaus weniger die Opferhaltungs-Beta-Sichtweisen im Vergleich zu der Opferidentifizierung, die wir oft hier aus der Richtung des Feminismus hören. Er schreibt weiter, und genau das ist sehr gefährlich. Dies kann bei den falschen Leuten zu einer radikalen Haltung führen, siehe alle Linken, Feministen, Insels, Nazis und Konsorten, ja, das ist das, dass es natürlich auch ungute kollektivistische Ansichten dann hieraus resultieren können, vor allem mit diesem Unterdrücker gegen unterdrückte Narrativ, was ja vor allem aus diesem postmodernen Feminismus herausspringt, ja, Patriarchat-Verschwörung oder all diese Externalisierungen, die ja hier immer stattfinden, ja, der Kapitalismus ist schuld, die Männer sind schuld, Frauen sind schuld, Weltverschwörung, ja, da ist ja irgendwelche Weltverschwörer, kleine Gruppe von, nenne Identität X, die dann da sind und einen unterdrücken, was natürlich zu unguten Dynamiken führt, weil es ja die Eigenmacht aus der Hand gibt und wie vorhin gesagt, das ist was, was ich in der Red Pill, vielleicht auch aufgrund meiner selektiven Wahrnehmung, kann auch sein, sehr selten bis gar nicht sehe. Man deutet halt vor allem in der Red Pill Community immer auch auf die negativen Verhaltensweisen, um die Frau nicht nur als Regenbogen furzendes Einhorn zu sehen, sondern halt auch wieder von diesem Podest runter, aber daraus ergibt sich sehr selten hier eine Opfermentalität. Weiter im Text, mein zweiter Gedanke aus dem Gespräch ist, dass die Hypergamie eigentlich das Patriarchat erst entstehen lässt. Das ist auch was, was mir damals eingefallen ist. Das war für mich richtig mindblowing sozusagen, weil das ist ja genau das. Wenn wir uns das hier mal anschauen, die Frau wählt durch die sexuelle Selektion immer die Männer weiter oben in der männlichen Dominanz-Hierarchie. Egal, ob es jetzt im Punkto sozialer Dominanz ist, Einkommen, Prestige vor allem ist ja auch ganz wichtig. Ja, diesen Yoga-Lehrer auf Bali, der hat ja immer bessere Karten oder wie mein Vater, der Bergführer, ist ja dann immer dieser Status-Positionstyp, der dann weiß, wo es lang geht. Und sowas finden halt Frauen immer attraktiv und dadurch werden automatisch Disbalancen in solchen Hierarchien letztendlich aufgebaut. Und du kannst eigentlich nie wirklich hier eine Geschlechtergleichheit, also gleiche Ergebnisse 50-50 erreichen, außer natürlich, du machst es mit solchen Top-Down-Systemen, dass man hier mit Affirmative Action oder wie vorhin gesagt, 500 Millionen Euro für Professorenprogramme freizumachen, weil es ja auch irgendwo, ja, die Frauen, die sind ja bloß kleine Kinder, schaffen das ja bloß mit 500 Millionen extra als Rückenwind hierdurch dann entgegenwirkt. Aber wenn du hier wirklich die Geschlechter frei wählen lässt, werden automatisch diese Disbalancen hier erzeugt. Das ist ja auch immer das Ultraspannende. Wenn man diese ganzen Studienlagen anschaut, habe ich ja schon mal durchgekaut, aber hier nochmal zur Erinnerung, dass Status eben 62% der Varianz macht, wie eine Frau die potenziale Fruchtbarkeit eines Mannes einschätzt. Also ein massiver Teilaspekt der männlichen Fitness und halt auch immer wieder so wichtig für die Frauen. Und hier sehen wir das ja auch, okay, vor allem bei den Chinesen, um da auch mal kulturübergreifend das zu beleuchten, dass die Einschätzung der männlichen Attraktivität 1000-fach mehr sensitiv eingeschätzt wurde, je nachdem, wie viel Kohle der Mann im Monat verdient hat. Und das ist ja auch heftig, weil dadurch ja wieder diese Disbalancen hervorbeschworen werden, im Vergleich zu dem, dass die Männer, die Überverantwortlichen sind, die nur die Frauen mit niedrigerem Niveau oder Status hier dann wählen, ja, weibliche Unterverantwortlichkeit. Aber wir sehen auch, die Frauen tragen ganz genauso dazu bei. Und wie mit dem Volk und Jesus schon mal besprochen, gibt es die moderne Frau halt leider nicht, die halt hier auf Augenhöhe oder den Bauarbeiter, der dann weiter unter ist, ja. Es gibt quasi keine Akademikerin, die dann sagt, warum sollte ich diesen Bauarbeiter wählen? Ich bin doch zu höheren Berufen. Haben wir ja auch mal beleuchtet. Haben Männer Angst vor Akademikerinnen? Markiere ich euch auch nochmal gerne hier oben. Aber auch weiter in dieser ganzen Studienlage. Wenn sich der Mann angleicht in der Frau, sehen wir, dass der Mann hier, der Depp vom Dienst, Hausarbeiten macht. Er ist endlich bei der Geschlechtergleichheit angekommen. Aber dadurch neigt sich die Ehe noch mehr dem Ende zu, weil die Frau hier umso häufiger die Scheidung ausspricht. Ist ja auch so wichtig zu verstehen, dass Frauen ja nach oben daten und wenn der Mann nicht mehr ambitioniert ist, weil das sagen sie ja immer, dass sie das wollen, aber zeitgleich soll er auch der gleichberechtigte Hausmann sein, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Auch ein Problem, was hier von Feministinnen nie gesehen wird, weil hier natürlich der Mann immer der ist, der Macht ausüben möchte. Und deswegen, die Frau datet, die weiter unter ihm im Status ist. Eigenverantwortung oder Verantwortlichkeit der Frau wird hier niemals in Betracht gezogen, weil wie heißt es so schön, der Feminismus möchte die Autorität der Männer, die Privilegien der Frauen und zeitgleich die Verantwortlichkeit der Kinder haben. Zeigt sich auch immer wieder irgendwo in solchen Aussagen impliziert. Auch hier sehr spannend immer wieder, haben wir eine Sample Size von über 17.000 Menschen und dass da sich gezeigt hat, je mehr sich die Paare im Haushaltseinkommen angleichen und sich der Unterschied unter 20% befindet, desto niedriger ist die Häufigkeit vom Bunga-Bunga innerhalb der Beziehung. Und wie gesagt, das ist ja oftmals das Bindeglied, um mehr Oxytocin auszuschütten, um die Partnerschaft länger aufrechtzuerhalten. Aber wenn der Mann hier dann, wie wir sehen, nicht mehr diese Ambition an den Tag bringt und nicht dieser Leistungslast so weit entgegenkommt, damit er mehr als 20% als die Frau verdient, mei, dann gibt es kein Bunga-Bunga mehr und dadurch sinken die ganzen Oxytocin-Werte, die Bindung lässt nach und irgendwann wundern sie sich, warum hier dann diese ganze Geschichte den Bach runterfällt. Ist halt auch ein Thema, was hier sehr selten bis gar nicht beleuchtet wird. Wie gesagt, Anziehung ist nicht verhandelbar und du kannst auch nicht mit der Hypergamie verhandeln, auf Augenhöhe zu sein, weil es halt leider nicht klappt, sehen wir hier auch. Wenn die Männer nicht mehr hier diesem Stereotyp des Hauptverdieners nachkommen, ist die Frau weitaus häufiger dazu bereit, eine Scheidung auszusprechen. Das ist ja auch genau das. Harvard-Studie hat herausgefunden, dass wenn der Mann hier zum Hausvater wird und zum Depp vom Dienst und dann nur noch hier den Abspüler macht, kommt es halt dazu, dass die Frau darauf dann keine Lust mehr drauf hat. Noch mal zum Ausgangstext zurückzukommen. Was passiert da hier den Männern, wenn sie keine Macht mehr ausüben? Sie werden hier geschieden. Auch wieder klassisch, ein Punkt, der hier leider immer wieder runterfällt. Auch sehr spannend. gab es erst vor kurzem die Ergebnisse von 30-jährigen Untersuchungen, wo ein Forscherteam eben das hier herausgearbeitet hat. Okay? Anteil des eigenen Verdienstes im gesamten Haushalt in Prozent. Wenn die Frau zu viel verdient, sinkt die Zufriedenheit weiter ab, wie wir hier sehen. Im Vergleich, dass wenn der Mann mehr verdient, dass er nach oben steigt. Ja, man kann sagen, ja, vielleicht ist 50-50 noch hier okay, dass man sich in der Mitte trifft. Aber sobald die Frau mehr verdient, sehen wir hier, wie die Schere auseinander geht. Und genau diese Aspekte führen dann halt auch wieder dazu, dass der Mann quasi irgendwo gezwungen ist, in einer bestimmten Art der Leistungslast zumindest nachzukommen. Auch hier zeigt die Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass Frauen in einer Partnerschaft ihr Leben am besten bewerten, wenn sie weniger verdienen als der Mann oder zumindest ungefähr gleich viel. Aber wie gesagt, man kommt in die Danger Zone rein, wenn sie dann mehr verdient, weil hier dann die Akademikerin und hier der Maurer klappt einfach in den seltensten Fällen, weil hier halt die biologischen Imperative der sexuellen Selektion ihr Unwesen treiben, namentlich die Hypergamie. Aber das kann man ja nicht sagen, weil dann müsste man ja auch die Frau auf die Augenhöhe der Verantwortung ziehen und das kann man denen ja nicht antun. Es sind ja irgendwo kleine Kinder, ne? Der Aspekt davon bleibt halt auch kulturübergreifend bestehen, weil sie wenig Beweise hier gefunden haben, dass diese geschlechtlichen Unterschiede in Ländern mit größerer Geschlechtergleichheit sich ändern. Das ist ja auch dieser ewige Fluch fast schon, dass du da keine Geschlechtergleichstellung 50-50, ja, diesen Geschlechtskommunismus, wenn man so möchte, erreichen kann, weil diese biologischen Imperative eben nicht weggezaubert werden können. Doch zurück zum Text, das ist ja genau das, wie er schreibt, ja, Hypergamie lässt eigentlich erst das sogenannte Patriarchat entstehen, weil die Frauen ja immer hier nach oben daten oder sich nur oder primär weitaus mehr zumindest für die oberen 20-40% lass uns mal hier im Best Case dastehen interessieren. Wie gesagt, auch so spannend diese ganze Dynamik, was das für Einflüsse hat, diese ganzen evolutionspsychologischen Dynamiken. Das Ganze funktioniert wie Yin und Yang. Die männliche Sexualstrategie ist bekanntlich, so viele Frauen wie möglich zu schwängern, ja, im Idealfall und die Männer auch Zugriff darauf haben. Männer, die den besten Statusaufstieg der Frau gewährleisten können, erhalten die meisten und devotesten Frauen. Ist halt auch immer an diese Ressourcengeschichte gekoppelt. Können dies einige Männer tun, so entsteht mit der Zeit ein Patriarchat. Das ist ja auch immer da diese Begriffsdefinition. Patriarchat ist ja in dieser Konstellation gemeint, ja, Männer, die weiter oben im sozioökonomischen Status oder wie wir hier halt sehen in diesen ganzen prestigeträchtigen Sachen, ja, wie hier Professoren oder in diesen heftigen Unternehmen, weil die Männer halt hier auch massiv mehr Arbeit reinstecken, um mehr Status zu bekommen, weil sie unbewusst irgendwo immer wissen, okay, je mehr Social Proof ich habe, je mehr Status ich habe, desto heftiger komme ich einfach an Frauen ran. Wird halt auch nie beleuchtet, da es ein Tabu, Tabu irgendwo ist. Er schreibt weiter, wenn der Feminismus je das Patriarchat killen möchte, so muss es einen radikalen, sozialistischen Staat bilden. auch eine interessante Dynamik, man sagt ja nicht umsonst, dass der Feminismus, zumindest in seiner jetzigen Form, eigentlich nur Kommunismus in den Kinderhosen ist und das ist ja auch hier, was wir immer wieder sehen, dass du durch Zwänge, durch Top-Down-Staatlichkeit hier ein Gleichheits-Egalitarismus durch, ja, Staatsgewalt oder zumindest durch 500 Millionen Professoren im Programm in Euro natürlich, versteht sich, bilden musst. Und woher kommt die Kohle? Aus den Taschen der Leistungsträger, was wiederum meistens hier die Männer sind. Das heißt, also Männer müssen letztendlich dann wieder dafür bezahlen, dass am Ende auch ja 50-50 rauskommt, aber das stößt halt dann leider irgendwo an die Präferenzen der Geschlechter wieder, weil man hier aus diesem Gender-Equality-Paradox in diesen ganzen MINT-Fächern ja alles Technische, Science, Technology oder Mathematik, Informatik hier immer wieder sehen, dass wenn man mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft hat, also jeder darf das machen, was er möchte, desto mehr gehen die Geschlechter ihren Geschlechterrollen nach diesen traditionellen Geschichten. Ja, Frauen werden mehr in erzieherischen menschlichen Personenkontaktjobs hier tätig, auch bei den Ärzten, da ist ja auch mehr Ärztinnen im Vergleich zu den Ärzten komisch, obwohl ja eigentlich nur Ärzte immer im Maskulinum geändert wird, das sehen wir auch, Spracherschaft vielleicht doch nicht Realität, sondern eher Aspekte der Verhaltensgenetik, trotzdem wird man dann hier sowas sehen und um sowas zu unterbinden, musst du, ja, wie richtig erkannt, hier einen radikalen, sozialistischen Staat bilden, der das dann eben top-down in einer Diktatur verhindern würde, deswegen auch immer wieder sehr spannend zu sehen, diese Überlappungen vom vierten, dritten Wellen postmodernen Feminismus in Verbindung, ja, schon Richtung Stalinismus oder ähnlichen Geschichten. Also zusammenfassend kann man sagen, dass sich Männer Frauen unter ihrem Status und Niveau aussuchen, nicht um Macht auszuüben, währenddessen es natürlich solche Männer gibt, aber trotzdem, die meisten Männer wollen einfach nur eine Frau haben, die hier letztendlich für einen da ist und bei der sie sich fallen lassen können. Das ist aber vor allem in der heutigen Zeit umso schwieriger, weil der Leistungsdruck auf die Männer weitaus höher geworden ist, weil die Frauen ja hier vor allem weitaus einfacheren Zugriff auf die oberen 10 bis 20 Prozent haben und dadurch halt auch meistens dann sagen, oh no, jetzt ist der mir zu langweilig, der hat nicht genug Macht ausgeübt, weil er ja dann einfach hier versucht hat auf Augenhöhe zu sein, denn die meisten Männer wollen eigentlich nur eine Frau, die schön ist, jugendlich ist und kooperativ und vor allem treu und diese Aspekte, wenn die da gegeben sind, sind die meisten Männer völlig zufrieden, aber leider werden diese Männer halt meistens nicht von den Frauen gesehen, die sind quasi non-existent, weil die ja hier weiter unten mit in der Dominanz-Hierarchie im sozialen Status auch unterwegs sind, die meisten Kerle da unten, hier die unteren 40 Prozent schauen die Frauen gar nicht mehr im Arsch an, weil die ja gar nicht die Möglichkeit haben, hier weiter oben mitzuspielen, also die Männer, die keine Macht haben, werden von Frauen gar nicht erst gewählt, ist halt auch wieder ein sehr spannender Aspekt dabei und vor allem im Kontext der ganzen Geschichte, dass eine Frau kooperativ, jugendlich und ja auch Fruchtbarkeit damit einherbringt, ist es halt auch das, dass die Männer hier keine Karrierefrau haben wollen, mit denen sie dauernd konkurrieren müssen und die halt da ihren Penisneid hat quasi, weil viele Männer auch eine Familie sich wünschen und wenn die Rahmenbedingungen hier nicht erfüllt werden, bricht dieses Thema ja immer wieder auseinander, wie wir ja auch immer wieder dann hier sehen, ja, diese Angleichung oder wenn sie diesen Hausmann, der egalitär ist, dann mimen und so weiter, schießt ja alles für die Männer nach hinten, wird hier vor allem vom Feministen einfach unter den Teppich gekehrt, aber halt auch, dass diese Karrierefrauen umso mehr performen und jetzt glauben auch, jetzt bin ich auch ein Mann, dass damit halt die Problematik einhergeht, wie wir hier sehen, öffentliches Gesundheitsportal Österreichs, dass die Fruchtbarkeit weitaus niedriger ist und dass sie mit 35 bis 40 nur noch 20% Fertilität vorweisen, deswegen ist ja auch Jugend immer von den Männern so bewertet und als wichtig angesehen, nicht um Macht auszuüben, sondern weil es halt auch ein Eckpfeiler ist, um eine Familie zu gründen, ja, wenn du mit 35 loslegst, kannst du weitaus weniger Kinder am Start haben und vor allem von den hochwertigen Männern, auf die sie ja immer schauen, die haben ja die Auswahl und wählen dann wieder die jüngeren Damen, wie vorhin gesagt, nicht um Macht auszuüben primär, sondern um hier eine Familie zu gründen und die dann auch aufrecht zu halten, weil die eben dann auch, wie gesagt, die Wahl haben und damit halt die Damen wählen, die femininer sind, kooperationsfähiger und auch bereiter im Vergleich zu so einer Karrierefrau, die dann versucht, dauernd im Wettbewerb mit dem Mann zu stehen, darauf haben die wenigsten Männer Bock, geschweige denn, wenn sie ernstzunehmende High-Performer sind, weil das halt auch hier immer so ein Aspekt ist, der nicht zur Sucht nach Macht ausüben zurückzuführen ist, sondern eher durch diese alternative Erklärung auch durch einige Studien belegt wird. Also, ich hoffe, ich konnte euch das näher bringen und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat seich!